Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 So geil gemacht. Schade, dass Mordin sterben musste. Er hätte es nicht anders gewollt. Und wo immer er jetzt auf sein mag. Er legt ein gutes Wort für uns an. Wir werden ein Kind nach ihm benennen. Vielleicht ein Mädchen. Aber Ihnen können wir persönlich danken, Commander. Sagen Sie den Thorianern, ich werde Truppen nach Pellewen schicken. Und melden Sie sich, wenn Sie die Reaper von der Erde vertreiben wollen. Die Kroganer sind wieder dabei. Leben Sie wohl, Commander. Was werden Sie jetzt tun? Die neu gewonnene Hoffnung verbreiten. Im Kelphigtal versammeln sich jetzt noch Clans. Ich rede mit Ihnen und sorge dafür, dass dieses Geschenk nicht vergeudet wird. Danke für alles. Irtnot Bakara nennt Sie nun einen Freund. Nein, morgen kann man nicht retten, Leute. Das ist leider so.